Mein erster Spartipp beginnt gleich bei der Anreise. Denn wenn du mit dem Flugzeug ankommst, gibt es mehrere Möglichkeiten vom Flughafen in die Stadt zu kommen. Die günstigste ist mit den Zügen der ÖBB oder der Schnellbahn S7. Andere Verbindungen wie der City Airport Train, die Busse der Vienna Airport Lines oder auch Taxi und Uber kosten deutlich mehr. Wie die Anreise vom Flughafen in die Stadt genau funktioniert, habe ich übrigens schon in diesem Video erklärt. Ein Wochenende in Wien kann schon mal teuer werden. In diesem Video verrate ich dir deshalb, wie du Wien besuchen kannst, ohne die Kasse zu sprengen. Ich gebe dir Spartipps, zeige dir günstige Alternativen und verrate dir, wie du auch mit einem kleinen Budget auf nichts verzichten musst. Vorab auch noch ein Hinweis, ich habe auch schon ein Video gemacht mit Gratistipps für Wien. Diese Tipps wiederhole ich deswegen hier nicht, sondern verlinke dir das Video, falls du hineinschauen möchtest. Sehen wir uns jetzt an, wie du um wenig Geld in Wien essen kannst und wir beginnen mit dem Frühstück. Die großen Bäckereiketten wie Anker, Ströck, Der Mann oder Fellbar haben in vielen ihrer Shops Kaffeehausecken. Dort kannst du dich hinsetzen und Snacks und Kaffee vor Ort genießen. Dort bekommst du auch ein Wiener Frühstück. Das sind in der Regel zwei Semmeln, also Brötchen, mit Butter und Honig oder Marmelade. Mit dabei ist normalerweise Tee oder Kaffee. Ich habe für das Wiener Frühstück beim Anker 4,90 Euro bezahlt. Weiter geht's mit dem Mittagessen. Hier habe ich einen Tipp für dich. Viele Lokale bieten zum Mittag ein Mittagsmenü an. Neben einer Hauptspeise ist meistens auch eine Suppe oder Nachspeise dabei. In der Regel kosten diese Mittagsmenüs unter 10 Euro. Am besten fragst du direkt im Lokal nach, ob es eine Mittagskarte gibt. Noch günstiger und typisch wienerisch kannst du bei einem Würstelstand essen. Hier bekommst du verschiedene Würste mit Brot oder Gebäck. Auf Wunsch gibt es noch Beilagen wie eingelegte Gurken oder Pfefferoni sowie Senf, Ketchup und Krenn, also mehr Rettich dazu. Ich esse beim Würstelstand am liebsten Käsekreiner, das ist eine Wurst wo auch Käse drinnen ist und die hier hat 5,40 Euro gekostet. Im Preis inklusive war Senf, Ketchup und eine Scheibe Brot. Nachdem ich noch Krenn als Beilage bestellt habe, habe ich insgesamt 6,40 Euro gezahlt. Falls es noch günstiger sein soll oder auch für den kleinen Hunger zwischendurch, habe ich einen Tipp. Supermärkte wie Billa und Spar haben in der Regel eine frische Theke. Dort kannst du dein Gebäck frisch nach deinen Wünschen mit Wurst, Käse oder Aufstrich belegen lassen. Das Ganze wird vor deinen Augen und ohne Serviceaufschlag zubereitet. Du zahlst also nur das Brötchen, Wurst und Käse. Eine typische Wiener Jause wäre übrigens eine Wurstsemmel mit Essiggurkel. Die habe ich mir schmecken lassen. Weiter geht's mit Sightseeing-Spartipps. Wenn du ein Ticket für die Öffis hast, kannst du mit der Straßenbahn ganz bequem eine Runde um die Ringstraße drehen und dort die Gebäude bestaunen. Die Ringstraße wurde im 19. Jahrhundert unter Kaiser Franz Josef errichtet. Er ließ dafür die Stadtmauer abreißen und einen Prachtboulevard errichten. Entlang der Ringstraße befinden sich einige der berühmtesten Gebäude Wiens, unter anderem die Staatsoper oder das Kunst- und Naturhistorische Museum. Du kannst mit der Straßenbahn die Ringstraße entlangfahren und dabei diese wunderschönen Gebäude bewundern. Um einmal komplett den Ring zu umrunden, steigst du am besten am Schwedenplatz in die Linie 2 Richtung Dornbach ein. Dann fährst du bis Oper Karlsplatz und wechselst dann in die Straßenbahn Linie 1 Richtung Prater Hauptallee. Vergiss nicht, vorab ein Ticket für die Wiener Linien zu lösen. Wie das geht, habe ich in meinem Video zu den Wiener Linien schon einmal erklärt. Falls du die Stadt zu Fuß im Rahmen einer Stadtführung entdecken möchtest, mache ich an dieser Stelle ganz frech Werbung in eigener Sache, denn dann könnte mein Audioguide eine günstige Alternative für dich sein. In diesem habe ich meinen persönlichen Lieblingsspaziergang durch die Wiener Innenstadt als Hörbuch aufgenommen. Gemeinsam entdecken wir 39 Sehenswürdigkeiten in der Wiener Innenstadt. Ein weiterer Vorteil, du bist zeitlich flexibel und kannst dir bei jeder Sehenswürdigkeit für Fotos und Co. so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Ich habe ein Video gemacht, in dem du dir die Runde schon mal anschauen kannst. Persönlich finde ich, dass es eine der schönsten Routen in Wien ist. Weitere Details und auch wo du ihn downloaden kannst, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Okay, zurück zum Video. Falls du Sissi Fan bist, habe ich noch zwei Sparideen für dich. Die erste, du siehst dir im Schloss Schönbrunn die Imperial Tour um 18€ statt der Grand Tour um 22€ an. Die Imperial Tour ist zwar kürzer, du siehst aber trotzdem die Gemächer von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth. Und der zweite Tipp, wenn du dir ein Ticket für das Sissi Museum in der Hofburg verkaufst, ist der Besuch der Kaiser Apartments und der Silberkammer im Ticket dabei. Meine Empfehlung wäre, genügend Zeit einzuplanen, damit du dir alles ansehen kannst und so das meiste aus deinem Ticket holst. In den Kaiser Apartments siehst du unter anderem Sissis Schlafzimmer sowie ihr Turn- und Toilettzimmer. In der Silberkammer siehst du die Fleischpresse, die ich schon in meinem Video zu ungewöhnlichen Sissi Sehenswürdigkeiten vorgestellt habe. Wenn du das Video hilfreich findest, freue ich mich übrigens, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Jetzt kommen wir zu den Spartipps für Kulturfans. Für den Eintritt in die großen Museen musst du in Wien zwischen 15 und 20€ pro Person rechnen. Im Belvedere, dort siehst du unter anderem den Kuss von Gustav Klimt, kommst du billiger weg, wenn du das Ticket online kaufst. Da zahlst du 15,90€ statt vor Ort 18€. Beim Kunsthistorischen Museum gibt es ein Kombiticket. Um 22€ kannst du das Kunsthistorische Museum und die Schatzkammer besuchen. Ein reguläres Ticket nur für das Kunsthistorische Museum kostet schon 16€. In der Schatzkammer befinden sich gleich zwei Kaiserkronen, nämlich die des Heiligen Römischen Reiches und jene vom Kaiser von Österreich. Im Kunsthistorischen Museum seht ihr Kunstwerke von Rembrandt, Bräugl und wer mehr. Mit dem Kombiticket um 22€ könnt ihr beide Museen auch an unterschiedlichen Tagen besuchen. Ich finde das einen ganz guten Deal. Weiter geht's mit einem absoluten Spartipp für Opernfans. Du kannst die Staatsoper nämlich um nur wenige Euro besuchen, wenn du ein Stehplatzticket kaufst. Diese Tickets werden am Tag der Vorstellung 80 Minuten vor Beginn ausgegeben. Du solltest dich allerdings rechtzeitig dafür anstellen, die Tickets sind immer sehr begehrt. Ich wünsche dir mit diesen Tipps viel Spaß beim Erkunden der Stadt. Bis zum nächsten Mal!